Bildungsressourcen, also Educational Resources, Texte, Abbildungen, Videos, Lernobjekte, werden nur dann zu offenen Bildungsressourcen, also OER, wenn sie entsprechend offen lizenziert wurden und damit ausdrücklich festgelegt wird, wie und dass die Materialien für die Lehre verwendbar sind. OER kann man also auch ausdrucken, verändern, wiederveröffentlichen. Beispielsweise verwendet man hier Creative Commons Lizenzen. Diese sind im deutschsprachigen Europa weit verbreitet. Im Folgenden wollen wir Ihnen zeigen, wie diese Lizenzen funktionieren. Ausgangspunkt ist im deutschsprachigen Raum das geltende Urheberrecht, welches Ihnen als Urheberin oder Urheber automatisch und ohne weitere Schritte zusteht. Dies hat zur Konsequenz, dass jede interessierte Nachnutzerin oder Nutzer Sie um Erlaubnis fragen muss, ob Ihr Werk genutzt werden kann. Oft ein mühseliger Prozess. Wie wir ihn alle kennen, da wäre es doch viel einfacher, wenn es von Haus aus geregelt wäre, was man mit Ihrem Werk machen darf und was eben auch nicht. Und genau da setzen die CC-Lizenzen an. Die Creative Commons Lizenzen sorgen also für klare, eindeutige, vor allem auch für rechtlich saubere Regelungen, wie mit erstellenden Lehrmaterialien einer Person umgegangen werden darf, indem jede Lizenz über einen rechtlichen, juristischen Text verfügt, unter Berücksichtigung der landeseigenen Gesetzeslage, einen für Laien lesbaren Text hat, der erklärt, was die juristischen Texte praktisch bedeuten und die auch jeder einfach verstehen kann, und auch über Metadaten verfügt, die maschinell verarbeitet werden können, sodass die Materialien zum Beispiel über Suchmaschinen gefunden werden können. Es gibt nicht nur eine, sondern mehrere CC-Lizenzen, die sich aus unterschiedlichen Modulen kombinieren lassen. Allerdings werden nicht alle CC-Lizenzen zu den offenen Lizenzen gezählt. So nehmen wir an, diese Lehrende namens Isabelle hat ein Bild des Elefant Elli gemalt und stellt es nun unter einer CC-Lizenz zur Verfügung, um die Nachnutzung durch andere zu erlauben. Ein Grundbestandteil der CC-Lizenz ist das Bei, welches für die Nennung des Autors bzw. der Urheberin und des Urhebers steht. Übernehmen wir also beim Elefanten Elli in unserem Lernmaterial den Namen der Urheberin Isabelle. Isabelle hat nun die Idee gehabt, dass ihr Bild von Elefant Elli zukünftig immer unter der gleichen Lizenz veröffentlicht werden soll. Sie fügt daher noch die Option SA, das steht für Share Alike, hinzu. Dies bedeutet, dass auch Modifikationen ihres Elefanten oder Materialien, die ihren Elefanten nutzen, immer unter dieser Lizenz, sprich der CC-By-SA-Lizenz, veröffentlicht werden müssen. Die CC-By-SA-Lizenz sowohl wie die CC-By-Lizenz zählen zu den offenen Lizenzen. Isabelle kommt aber nun darauf, dass es ihr eigentlich zu mühselig ist oder anderen zu mühselig sein könnte, dass sie das Material immer unter der gleichen Lizenz, sprich CC-By-SA, veröffentlichen müssen. Und sie möchte eigentlich, dass ihr Bild von jedem genutzt werden kann. Und es ist ja auch nicht wichtig, dass ihr Name darunter steht. Sie entscheidet sich daher, ihr Bild unter Public Domain zu veröffentlichen. Dazu wählt sie die Variante Creative Commons Zero, also Null. Allerdings muss man beachten, dass CC-Null, das CC-Null, im deutschsprachigen Raum eigentlich nicht möglich ist. Ein Rücktritt vom Urheberrecht ist eigentlich gar nicht gesetzlich vorgesehen. Und auch die Nutzung von CC-Null ist derzeit noch in einem Graubereich, wie oft bei Regelungen rund um das Urheberrechtsgesetz. CC-Null gehört, wie die Variante CC-By und CC-By-SA zu den offenen Lizenzen. Creative Commons kennt aber noch weitere Optionen für Lizenzen. Zum Beispiel das NC, das steht für Non-Commercial, nicht kommerziell. Dann dürfe das Bild von A nur verwendet werden, wenn es völlig ohne kommerzielle Interessen genutzt wird. Beispielsweise dürfen auch keine kleineren Honorare fließen oder eine Werbung auf dem Weblog platziert sein, die das Bild von LED-Elefanten nutzen. Ein weiteres Attribut ist das ND, das steht für Non-Derivation. Keine Änderungen sind möglich. Isabelle würde also die Nutzung des Materials erlauben, ihres Bildes, aber sie möchte auf keinen Fall eine Veränderung des Bildes erlauben. Beide Varianten, also das NC für Non-Commercial und das ND für Non-Derivation, sind Varianten von Lizenzen, die nicht als offene Lizenz bezeichnet werden. Materialien, die mit diesen beiden Optionen versehen werden, zählen daher auch nicht im engeren Sinne als offene Bildungsressourcen. Beide Varianten im